Mit der Veröffentlichung von GTA 5 sind im Netz unzählige Seiten aufgetaucht, die Serials, Key-Generatoren und Cracks für den neuen Action-Hit versprechen. Davon abgesehen, dass die Verwendung von Cracks und gefälschte Seriennummern illegal ist, können die Tools noch nicht funktionieren, da die PC-Version weder angekündigt, geschweige denn veröffentlicht wurde. Wie zu erwarten, handeln sie sich auf solchen Seiten stattdessen ausschließlich Ärger ein, in drei Varianten. Die am weitesten verbreitete ist die Abzocke per Umfrage. Bevor sie den vermeintlichen Download zu einem Crack oder Key für GTA 5 starten können, müssen sie sich für eine von mehreren Umfragen entscheiden. Egal ob IQ-Test, Wahrsagen oder der Teilnahme an einem Gewinnspiel, am Ende will die Seite ihre Handynummer wissen, über die die Teilnahme bestätigt werden soll. Tatsächlich fangen sie sich mit der Angabe ihrer Nummer aber ein saftiges Abo ein, das sie in diesem Fall 8,99 Euro pro Woche kosten würde. Neben den Umfragen gibt es die Möglichkeit, sich ein bestimmtes Programm herunterzuladen. Der Haken hierbei, Tools wie Medienplayer, ZIP-Programme oder Downloadmanager können sie andernorts nicht nur sicherer herunterladen, sondern auch frei von nervigen Zusatztools. Beim Setup werden jede Menge Toolbars in den Browser eingeschleust und außerdem Suchanbieter und Startseite geändert. Letztlich ist es egal, welche Mühen Sie auf sich nehmen, der ursprünglich versprochene Key-Generator oder Crack wird in den wenigsten Fällen heruntergeladen. Startet dennoch einmal ein Download, handelt es sich dabei um ein funktionsloses Programm, das nur mit einem Passwort entpackt werden kann oder mit Datenbank-Dateien ausgerüstet werden soll. Die Links hierzu führen dann erneut auf die Abzockseiten.